Ich bin Hans Behr, Geschäftsführer der Firma Gmür und ich freue mich jetzt, den Sieger in der Kategorie International SESCH im Glattzentrum in Walliselle zu überraschen. Das Thema hat die Fahrt aufgenommen und mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht gedacht haben. Ich habe lange gedacht, der Pandemieplan ist gut, wenn wir ihn mal durchgelesen haben und plötzlich ist er da gewesen. Überraschung! Herzliche Gratulation, ihr seid Sieger. Best-O-Street-Gast-Mathic-Quantik-International. International? So ist ein Handshack. Gratuliere, sehr geil. Thank you! Vielen Dank, hast du verdient. Nein, sicher nicht. Das ganze Süß könnte ... Nein, ihr seid Schlingler, so gut. Corona, geil. Wow, vielen Dank, so cool. Well done, geiler Sieg, super. Super, so gut. Du darfst zuerst. Super. Ja, was geben wir mal? Wir sind so neu hier. Perfekt. Ich bin ein kleines, du hast gross verdient. Alle essen. Nein, das muss ich gleich. Ich verrecke. Höhnei, das muss ich auch schnell. Ich fliege. 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 Höhnei, das muss ich auch schnell. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Wauw. Nein. Nein. Ne? Naja. 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 Du.